Alter, ich gehe heute nicht in die Schule, oder? Ich bin krank. Genau, ich habe Husten. Ganz, ganz doll. Und ich habe voll Bauchschmerzen. Ich habe meine Tage. Okay, eigentlich nicht. So, ich stehe... Oh mein Gott, ich bin mal wieder viel zu spät dran. Hübsche. Paserbäschchen oder Trocken-Shampoo. Trocken-Shampoo. Hm, der Geschmack von Zahnpasta am Morgen. Ach so, ich habe mich nicht bekleckert. Oh, so bock. Nö. Ugly. Dumm. Hässlich. Noch hässlicher. Wieso besitze ich sowas überhaupt? Ich ziehe einfach den Poli an. Ich trage den zwar immer, aber... Jolo. Kein Bock. Wo kommen eigentlich immer diese Augenzwinger her? Eyeliner on point. Oh, geil. Ich liebe es, wenn ich mir ins Auge steche. Es tut gar nicht weh. Und ich heule auch nicht. Nur noch zwei Minuten Zeit. Schnell ein bisschen Blush, Lippenbalsam, ein bisschen Parfüm, damit ich nicht stinke. Hier einfach One Direction Parfüm schnell. Und ab in die Küche. Keine Zeit für Frühstück. Ich nehme einfach das Brötchen hier. So ein trockenes Brötchen. Geht immer... Schnell Jacke an. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen hoch hinterlassen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr denn beim Aufstehen denkt. Worüber denkt ihr nach? Oder seid ihr so ein Mensch, der einfach nur halb noch am Schlafen ist? Das würde mich sehr interessieren. Und hier unten verlinke ich euch jetzt meine letzten zwei Videos in die Richtung. Eine sehr coole Videos auch verlinkt in der Infobox. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!